Schauen wir nochmal. So heftige Karte. Das ist ja wirklich unfassbar. Richtig, richtig krass. Also ehrlich gesagt, ich bin überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass so eine Karte in Vista Universe drin sein wird und hätte schon gedacht, dass da solche Goldkarten reinkommen, aber so wie das ausschaut, da bin ich absolut begeistert und das macht Vista Universe wirklich zu einem absoluten krassen Set. Absolutes Must-Have. Also die Karte, die muss ich mir unbedingt zulegen. Ich bin schon echt gespannt, wenn Giordina gezogen wird. Die wird auch richtig heftig, aber das hier mit diesen Wirbelstürmen, das ist ja, schaut euch das mal an, das ist doch nicht mehr normal.